mehr kriegt so tier sagen nur gesicht wie mit anderen väter leider oder gar nicht gucken zu kommt verdammt so wird der platte jetzt wer ist glatt was ist glatt wo es glatt komm her zeige dich ach du rädchen hier also putzelt macht er schön macht er bitte macht jetzt ein macker hier ja oder nicht doch bitte danke und bekommen wir vorbei also nicht wenn ihr vertraut ihr habt dann super aber die waren jetzt hier ein bisschen gummi schwarz mehr mal und wir reiten mal eine motion station ganz mächtiger ja ganz mächtigen ich würde mal sagen dollar bist du ganz bösen ja ganz ja 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 Gummigummigummigummigummi Ja ne? Geil. Da war nicht. Und drin nichts interessanter? wenn man jetzt noch ein wichtiger lud mit dorfen wenn der einzige anspruch anlegt hier ist noch etwas die kristin hier sehen und kommt nie aus kommen sofort ja mal los geht's ja mehr fliegen jetzt wir haben um tanzen hier wird die frau und der wille fichter hoch durch noch dadurch aussieht hätte diese dinge nie bauen dürfen kaputt prozent oder sehr praktisch das ist aktiver bio kontaminierter schlamm und du bist herzlich geil hier bis dem ganzen bösen krägeln mater licht passion ja ganz gewaltig nur ja alle kann ich ja du bist das wert was sie aus dem hier kompletten die gedanke aus ja kommen wir mal so in a überlastung kurz mal gucken muss das eigentlich immer schneller kommen wir mal weg jetzt jemand mal kein gift charme und so vor allem aber so eine spack ist oder sich zu opfer anders wird gerade nicht sagen da ja nun und die haupt so drei vollzeit legung so nur 1 nur zwei dauern und nur drei maßen vernichtung auch da war ich ja schon gerade im stück so da nun reisen wir nach oben und nur um dann ein zu machen den stamm der ausbruch oder werfen dann den stadt genau und wird sie nur dauer klopp klopp wer ist da ich so möchte ich da geht monstern stark stark krass du hast sie geschwächt aber sie geben nicht auf ja kommt ja kommt das sein irgendwie schon schnell reise punkt näher kommt vielleicht schon von hier rüber wir haben es 43 aber noch 17 minuten um den punkt einzunehmen ich habe mir den namen wie ein blödes zimmer echt schlimm ja cool ja ja schon wieder ja kann man überspringen und die drei spacken das reichen schon mal mit geschaffen war da waren drei sekunden erledigt das war eine ordentliche erziehungsstelle ich glaube im kopf bahn benutzen werde schnellere weg oder da sind wir schon so tag ja ja komm schon bereit ab geht auf geht's dreiter wach ja hopp hopp am namen da 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 die viel schlimmer sind als dieser auch mit oder schon so ein speicher also ein teleportation stinkner da rein punkt nicht hingucken machen wir dahin weil dann kann ich ja gleich da weiter hoch hatte das ding eigentlich ja kein teil gehabt bist du da nicht muss die dieser ist der bunker hier lang ihr netzer abgang Abgang, Herr Kessler. Also. Das ist der Teil, muss ich irgendwie lang vom Augen kommen. Da. Mhm. Hier geht es nur um dich. Ob du triumphierst oder scheiterst, liegt bei dir. Na geil. Ähm. Das ist mal hier lang. Der Hirscher-Sprecher-Ding. Das ist eine waschechte Bruchbude. Aber noch kein hoffnungsloser Fall. Geil. Ja, gibt es aus der Optik, Mann. Geht das Hoppla hin. Oh, wo hinschiehen? Das ist ein hoffnungsloser Fall. Nein. Weg. Nein. 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 O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Schnecken, Schnecken. Hi. All tot, all tot. Oh, Gummizahling. so ein freund was man da lang mache kompletten eiermann hier lang geht vor mir ist ja gut ist okay und straße lang immer links rechts einer gut um eine so dass mein ball hat hier und bekommen keine die flasche zum beispiel die erzähle einstellen kann ihn ausmachen ich mag mich bloß mit ihm so zu tun ja ich muss mal kurz dadurch danke mein arzt die buchler in dieser zene großer naja kommen da wollte ich mir angucken kommt jetzt auseinander ist gut sprich schön wuster so zack ja hier sagt feuer jetzt wenn es in black feuer ja ja wir müssen sich zum kundgesicht gröschen gras was ja macht damit wahrscheinlich nur einmal kurz anklopfen müssen das dritte meister hatte gehofft dass es nicht so endet es gibt keinen grund warum man kämpfen sollte anstatt sich zu vereinen es wäre ein sinnloser kampf er braucht nur einen vernünftigen grund die die festung und das schicksal seines stammes anzuvertrauen wenn du nur kämpfst kann er nicht zu dir er lässt sich von einem starken argument überzeugen und stimmt zu dass es so am besten ist er gibt die festung für dich auf nehmen wir mit meinem kampf oder die entscheidung was mit dem gegnerischen sie vor geschehen ja cool mega bombe passt sie haben also Also, dürfst du den Krieg jetzt beenden oder den Kreuzzug fortsetzen? Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Naja, und mal weiter. Dein Kati. Sieht ja cool aus. Das ist doch gut. Bunche zu. Uuuu. Tschech. Oh mein. Hello. So. Mal gucken. Warte. Der Mann. Den haben wir den haben wir. Lotte sind noch Arsch und Bitschuh. Und dann kann die an Kati anscheinend. Und was die der heutige tag so bringt. Das war noch ein Level. Ach. Das war noch ein Level. Das war noch ein Level. Das war noch ein Level. Die. Elf Punkter bitte, alter. Ne. Waren wir mal. Ja, stand. Oh, elf Punkter. Ah. Zack, 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 zack. Gut. Und hat bei 100. also ich bin fertig mit dem ich bin safe ging alles so eine waffe sieht schon ein bisschen bei mir aus aber ich nehme mit weil er da ist so dann liebe leute ich bedanke mich dass ihr da war ich